Dance Fight Core Dance Fight Core ist eine Methode, die zeitgenössischen Tanz und philippinische Kampfkunst verbindet. Dance Fight Core ist eine Arbeit mit mir selbst. Ich lerne mich selbst besser kennen, ich werde mir meiner selbst bewusst. Ich sehe dabei die ganze Zeit, was um mich herum passiert. Ich kann mich schützen, falls ein Stopp ist oben. Das ist auch eine Bewusstseinsarbeit. Ich werde mir meiner selbst bewusst. Was sind Gewohnheiten, was sind Automatismen im Denken genauso wie im Handeln? Helfen mir diese Gewohnheiten noch oder bin ich in der Lage auch mal was Neues zu riskieren? Es geht darum, sich innerlich frei zu machen von dem schon Gelernten und schon Erarbeiteten. Es geht darum, sich selbst schützen zu lernen in der Kommunikation, im Umgang mit anderen. Und es geht auch darum, mit Stress besser umgehen zu lernen. Ich gehe immer anders aus den Workshops raus, als ich reingegangen bin und kann das wirklich auch in meinem Leben umsetzen, in vielen Situationen. Und für mich hat das einfach was mit Befreiung und Freiheit zu tun. Immer wenn ich zurückgekommen bin von so einem Wochenende, habe ich gemerkt, dass es mir einfach Selbstvertrauen gibt und ich bei der Arbeit mich kräftiger fühle, einfach ein bisschen mehr vorwärts. Stockkampfkunst, Dance, Fight, Grow, Tanzen, Kämpfen, geile Sache. Also mir gibt die Arbeit bei Pia und mit Pia immer wieder mehr Bewegung und Beweglichkeit. Also zum einen so wirklich im körperlichen Sinne mehr Beweglichkeit als auch in meinem Denken und Handeln. Stockkampf ist toll. Die bringt mich wirklich zu mir zurück. Wer bin ich? Woher komme ich? Und zu meiner Mitte. Ka desto�. Wobei. kommt der K simplementen. Typ. Chau Bow. Wir hier haben. In der frürikisch. Wir sind. Sit. Wirrate der Kampel. Der F embryo hat eine S jetzt in diearakste! Ich bin in die Flüchtlinge an99 factsilen. Einfach Toy. Wie gesagt?